U-Boot klar zum Auslaufen. Sieg heil den Kameraden. Zerstörer geben das Geleit und sichern die Boote bis auf hohe See hinaus. Löschleitung klar, für alle Fälle. Fliegeralarm. Schon auf weite Entfernung werden die Feindflugzeuge bekämpft. Da oben ein Brite. Deutsche Kampfflugzeuge sind heran und übernehmen die weitere Sicherung zur Luft. Die Boote haben die offene See erreicht und werden in ihre Operationsgebiete entlassen. Mit hoher Fahrt kehren die Zerstörer zurück. Neue U-Boote stehen bereit zum Auslaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017